So, herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute mal wieder mit Marvin aka TheKopf. Na Bind. Was bannen wir denn? Quark hat jetzt immer gebannt. Aber wir haben den First Pick, ich will Quark im Zweifel nicht bannen. Was geht uns denn richtig auf den Keks? Heliot kann Scramble mehr, ne? Denk dran. Ja, ich weiß. Sie hat jetzt nur noch den Slow, glaub ich, ist jetzt drauf oder was ist das? Ich weiß nicht mehr genau. Bannen mal ne Runde Asana, die wird auch ständig gepickt. Nicht mehr zurennen? Ne. Da kommt jetzt, ich weiß nicht, Quark wird jetzt halt dauer gebannt. Ja gut, kann man auch verstehen, der Sau ist halt einfach gut. Willst du Frontliner oder Damage-Dealer machen? Die beiden wollen anscheinend schon Frontliner am Damage-Dealer picken. Könnte ich auch Support machen, mir auch wurscht. Deswegen will ich wissen, was du machst. Äh, dann mach ich mal... Entscheide ich schnell! ...Fire-Boar. Äh, du spielst Grey, oder willst Grey spielen? Na, nehm ich mal an. Ich hab jetzt umgemoddet, dass ich meine Shards so schnell wie möglich raushauen kann und will. Okay. Also ich hab keine Skalierung mehr auf meinen Shards und meine Ulti-Skill steht auch nicht mehr auf, wie lange ich meine Shards hab, sondern krieg ich drei Leben für jeden getroffenen Gegner mehr. Mhm. Okay. Celeste ist auch sowas, die kann man eigentlich auch bannen, die gehen auch auf den Sack ohne Ende. Und du hast noch den alten Banner drin. Ja. Ähm. Alles so gewollt. Ach du wirst, äh, für E... Was war's? Nein. Irgendwas mit E. Mir fällt der Name der Korb nicht ein. Evos. Genau, Evos. Du wirst weiterhin für Evos bleiben. Niemann. Ich kann noch nix ändern bis jetzt. Beziehungsweise hab ich vergessen, es zu machen. Machst du mir das einfach so. Ist glaub ich auch da, wo du halt deinen Banner und sowas änderst inzwischen drin. Hm. Lass mich raten, Serfu und Setzour spielen zusammen. Hm. Das ist ein ziemlich großer Zufall. Das ist bestimmt nur Zufall. Dass die genau das gleiche Banner haben. Ja, ja. Ist genau Zufall. Ja, natürlich. So, das muss ich mal gucken, um wohin geht's denn. Du gehst nie mehr da... Ja. Dahinter stellen. Da weg wie ich mit so dahin. Action is required. Komm schon. Gib was ein. Los. Lol. Äh. Unser Frontliner geht gut auf die andere Seite. Tja. Was tue ich jetzt? Wahrscheinlich einfach... Wie wir sehen, sehen wir nichts. Genau. Wahrscheinlich einfach ein Stück laufen. Voll. Ich kann aber da einschießen. Vielleicht geht da jemand drauf. Irgendwie surroundingsachsen. Wo? Weil ichАi das criteriaset sehe. Ich gehe mal als Leben. Soll nerede sein… Die Lebens zeichern! Nö Keiner wein gedasht Und sie stand auch weiter oben Cool, die Eels sind schon raus Oh man Hm Ja Ich hoffe du bewegst dich, sonst hab ich ein Problem Ja Ich wollte nur wissen, wo ich hin wollte Okay Der ist da hingelaufen Ich bin beeindruckt, damit hab ich nicht gerechnet Der ist da hingelaufen, haben wir sogar gesehen, wie der reingelaufen ist Ja, hab ich nicht Ich hab dich drauf geachtet Keiner weinst, keiner was dafür Ich hätt doch nicht schilden sollen Ach so, der hat den, ah ok Zeig das behörde, was er gemacht hat Oh, nett Jetzt steh ich Ganz schön shit DASH DASH porridge Nö LASH Boch Wotechno wow ich bin gleich Auf Platz Hallelu THIN Glά Ruint Wir müssen gehen! Wir müssen gehen! Hm, nett. Ja, ich wusste das was passiert, aber ich konnte halt nirgendwo anders sehen. Egal wo ich ihn gestellt hätte. Ja, halt sonst nur auf die andere Seite der Wand, ne? Ich versuch's mal, ihn zu schützen. Mal sehen. Achso, jetzt spammst du Overguns. Ja, muss man ja machen. Ich weiß, das ist eine der Season Quests. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich die schon durch hab, aber... Autsch, mein Gesicht. Ist zu dir wohl leider nicht gekommen. Dann hat es Schützen ja genau nichts gebracht. Oder fast nichts. Hm. Mh. Mh. Marsen. Wolltest du dir das holen? Ich glaub nicht, dass du bis dahin kommst. Ja. Muss ich mal so sagen. Ich lauf weg. Wahrscheinlich wirst du es wegklauen. Das kann schon sein. wenn sie 180 Grad hat und auf jeden Fall. Oh, wird schon wieder geflossen, ordentlich. Thanks, aber sie könnte dann immer noch hinlaufen. Ich könnte grad bis hin kommen. Die gute Dame. Mein Zoo. So, passive Kante ausweichen, gebe ich das hier. Ich habe normalerweise noch eine Runde, bis ich überhaupt wieder schilden kann. Und dann noch eine weitere Runde, bis ich wieder heilen oder absaugen kann. Die Runde reicht aus, das war klar. Ha! Kaputthauen! Der kann ja nicht wieder rein duschen, okay. Rennen alle von mir weg jetzt, kann ich gar nicht verstehen. Warum tut man denn sowas? Ich glaube, ich habe jetzt die... L. Machst du? Machst du eine Ulti auf sie, oder was? Ja! Okay, um sie zu lassen. Oh, kaputt gemacht. Oh, guck L. Ja, wir... Da sollte tot sein, sobald sie läuft. Warte, jetzt ist meine andere Ulti, ich muss die irgendwann mal raushauen. Sonst ist die ja nutzlos. Hell, dead. Hm. Dann ult ich halt jetzt rein. Da wurde ich kurz durch unterbrochen. Okay. Ich könnte theoretisch noch abhauen. Hm, aber schieße ich jetzt mal dort? Das wäre super. Aber ich glaube, es reicht nicht. Oh, vielleicht? Hinter Deckung? Ne, Deckung ist ja für mich nicht. Aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Doch! Oh, nice. Oh, wieder! Oh, damit ist sie tot. Ja, hat gereicht. Ich habe da so ein Booty vor mir. Ja, ich kann dich jetzt, ich kann dich jetzt hier schützen. Wo läuft unser Lockport hin? Das wäre so wichtig. Okay, dann glaube ich nämlich auch da hin, weil ich will nächste Runde heilen. Oh, du bist so ein Heiler. Danke schön. Okay, der will den Post prügeln. Ja, der Tauntriver war es wert. Dann kann ich noch nicht heilen. Kann ich nur dich heilen? Oder weichst du wieder aus? Wegen Ultis von den beiden? Könnte ich ja? Wann bist du da ganz alleine? Ich weich auch aus. Ich benutze mal mein Ausweichen. Okay, war eine gute Entscheidung. Ich bin gerade außerhalb nice. Das war ein bisschen knapp. Bye, you won't be messed. Oh, oh. Alles gedodged. Und sie laufen nicht... Eigentlich verdient. Sie laufen nicht mal automatisch mir hinterher. Oh, ist jetzt sehen sie. Ähm, ich laufe mit dir hinterher. Wenn ich jetzt nicht angedischt werde. Hoho, someone's in for a treat. Being sneaky is overrated. Let's play him. Oh, der ulti ist doch noch rein, oder? Wirklich? Ja. Oh, der heilt sich dadurch noch genug. Hm. Ich kann dich um 17 heilen. Aber ich kann dich auch nur um 17 heilen. Katalysten oder nicht Katalysten? Sag das entsprechend würd ich dich heilen, oder nicht? Also nur wenn du Katalyste heile ich dich. Mal so rum. Versuch's mal. Sneaky wegzutashen. Das wird sich verletzt. Ein Gesicht ist tot. Hohohohoho. Nein. Deine Pläne gehen in Schmuck! Au! Nicht tun! Ich bin auch in die falsche Richtung gelaufen, ich voll trottel. Fuck. Moment aber ich kann dich retten. Überlebt das vielleicht sogar noch. Ich krieg ja Schild. Ich krieg irgendwie 35 Schild oder sowas, wenn ich das jetzt mache. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt 38 Leben wieder dadurch. Und du kriegst auch noch 17 Leben regeneriert von meiner Fähigkeit von Freuen. Und der heilt sich auch. Es läuft. Hä? Ich wusste, womit ich dich rette. Holten! Ähm, dann nachher mal da. Ich glaub El könnte ich noch treffen, wenn sie reinrollt. In meine Richtung nach oben. Das wäre gut. Das wäre gut. Na? Christian, mehr Leben! Oh! Never mind! Sie rollt rein! Nein! Ja, aber... Und du musst dann über... Also wahrscheinlich überleb' ich das nicht, denk' ich mal. Äh... Ich überleb's nicht. Aber... Aber sie ist auch tot. Ja. Ich hab' das auch erwischt. Ich mein' 39 Leben. Sie haben halt schon ein bisschen Overkill. Aber dann ist es wieder 3... Okay. 4-3. Ich wollt grad sagen 3-3, aber... Dauerweise ist halt unser Ding ins... Low. 5 Turns remaining. Bleib fokussiert. Ja, er wird... Ja genau. Er desht dahin sehr gut. Weil da will sie bestimmt hin. Oder der... Der Finn. Und den ihr... Den ihr Frontliner wird bestimmt oben das Ding ein... Nein, aber da unten geht dann spawn ich auch mal da unten. Das läuft besser. Ja. Das ist glaub ich dann insgesamt besser. Die haben jetzt reduziert, ne? Du kriegst nicht mehr 15, sondern nur noch 10 pro Runde. Hm. Oh, ne der Schuss. Hm. Ach, der soll die... Okay. Okay, dann kann ich jetzt richtig rechnen, ist aber gut. Ja, da find ich ihn einfach. Nehmen wir das mal an. Hey, Mission completed. Play 5 Matches. Und First Win of the Day. Damit hab ich endlich... Season Rewards. 15. Crank up. Ich bin Bronze 4. Wuhu. Und 25 von den... Ich bin Bronze 5. Ja, du kriegst halt immer 75 Punkte auf Bronze. Und verlierst keine Punkte. Also du kannst nicht n Silber einfach spielen, dem du viel spielst im Zweifel. Ich weiß nicht, ich hab nicht das Gefühl das an mir lag in dem Fall. Aber es hat funktioniert. Jo. So, dann war's das nämlich für heute schon wieder. Ach so, man, ich kriegst ne neue Mission hier. Play 5 Matches. Danke fürs... Man, den Loot kann ich auch noch öffnen. Ich wollte mich verabschieden, aber ich hab ja noch Sachen zum Öffnen. Äh, alles Duplikates. So. Dann war's das. Äh, danke fürs Zuschauen und bis bald. Schöngel Vielen Dank.